Dad! Dad! Komm schon, steh auf! Wir haben nicht gezeigt! Wir müssen alles vorbereiten! Mom kommt gleich heim! Komm, steh auf! Neki, war... Was zum... Nein, dann kriege ich das, Peter. Keine Zeit, sich umzugt um. Vorsichtig, den sie hier raus wollen. Dad! Du hast versprochen, mir bei Moms Geburtstagsüberraschung zu helfen. Nein, hab ich nicht. Ja! Du wolltest den Holoprojektor einstellen. Der Kuchen hat noch keine Kerzen. Und ich kann ihr Geschenk nicht finden. Ach komm schon, Neki! Das werden wir doch jetzt nicht tun. Randplay Mhm! Okay, Neki? Was, wenn ich dir sage, das nichts hiervon real ist? Natürlich nicht! Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Gefangen im Traum eines Kindes. Ja, okay. Das ist immer noch ziemlich cool. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich's hinkriege. Apropos kranken. Ja, es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön, Niki. Also, dann bleibt nur noch der Kuchen und das Geschenk. No more about Snoop. Beim letzten Mal haben wir's so gemacht, dass wir... ...die nicht das gemacht haben, was gesagt wurde. Aber wie? Wo ist das? Freiheit plaschen. Aber wenn wir jetzt den Kuchen holen und... ...Geschenk ihm legen. Ich hab' mir was wieder gemacht. Herzlichen Glückwunsch in Liebe, Niki und Pete. Was soll ich nur machen? Hast du's gefunden? Ja. Okay, legst du den anderen. Sehr gut. Das Geschenk. Leg es auf den Tisch. Spielt irgendwas, was ich hier sage, ne Rolle? Wir haben es besorgt. Auf Nowhere. Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren. Mit dem Gemälde, das hier so gefallen hat. Von Grilla? Das beantwortet wohl meine Frage. Kommt dir nichts davon merkwürdig vertraut vor? Nein, ich hab' ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Okay, der Teil war immer seltsam. Nein, ich hab' ihn gebacken. Können wir jetzt vielleicht reden? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Sieht aus, als steckst du knietief in diesem Versprechen. Danke, Dad. Ich hab' dich lieb. Oh Mann. Das ist ein Materialchen. Peter, mach die Tür auf. Das ist Mom. Ich sage, dass das Glaskerfekt ist. Du öffnest die Tür. Lass uns mal einfach gehen. Was können wir machen? Mann, die Tür öffnen ist doch alles wieder vorbei. Kein Wunder, dass sie das unbedingt will. Wir sehen so glücklich aus. Worauf wartest du, Dad? Schlechte Imitation. Miserabel genäht. Unfassbar, dass ich das beim letzten Mal nicht durchschaut habe. Warum öffnet... Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Da drin geht's drunter und drüber. Niki ist in einer Schleife und hört mich nicht. Wir müssen irgendwie zu ihr durchdringen. Peter. Ich weiß, ich weiß, wir brauchen einen Plan. Es gibt kein Wir. Ja, ja, schon kapiert. Ich muss viel wieder gut machen. Aber wenn wir das durchziehen... Ich bin tot, Peter. Ja, aber... Wenn er das Versprechen jetzt annimmt. Nein, du hast mich hergebracht. Ich... Ich sehe dich doch gerade... Du siehst einen Geist. Ein Teil von mir ist in dem Seelenstein. Aber nicht auf reale Weise. Jetzt darf man nicht jetzt hin. Wir kriegen das hin. Vielleicht finden wir einen Weg durch... Du musst dich jetzt auf sie konzentrieren. Hilf ihr zu akzeptieren, dass ich nicht wiederkomme. Oder wir. Du hättest... Es mir sagen sollen. Was denn? Das mit Niki. Naja... Du und ich. Vor zwölf Jahren. Oh, Peter. Ich kann doch rechnen. Ihr Versprechen ist nicht real. Ja, ich weiß, aber der Teil schon. Auf dem Merkur, du und ich? Die Nacht vergesse ich nie. Ich auch nicht. Aber sie ist nicht deine Tochter. Und meine Tochter auch nicht. Hm. Das verstehe ich nicht. Sie ist eine Kriegsweise. Auf dem Heimweg ließ der Kree-Rat alle zusammentreiben, die nicht reinwütig genug waren. Niki war so zart und zerbrechlich. Ich... Ich... Bis 10 Uhr noch. ... konnte sie nicht sterben lassen. Dann bin... Dann bin... Ich nicht... Vater. Nein. Jedenfalls nicht ihrer. Wow. Okay. Aber sie braucht dich trotzdem. Sie muss mich loslassen. Ich hab's versucht. Sie hört nicht. Das muss sie aber. Der Geburtstag. Die Geschenke. Was immer es ist, was sie an irgendeine falsche Version von mir bindet. Von uns. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, so... Bist du? Oder sagen wir, du musst? Ich weiß. Auf geht's. Ich sehe aber hier, dass die Mutter nicht zurückkommt. Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur... Nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich hab noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lücke. Sie muss... Bitte hör mir einfach zu, Niki. Können wir nach Mams Geburtstag darüber reden? Deine Mom kommt nicht. Nichts hiervon ist real. Soll das ein Witz sein? Sie ist jeden Moment hier. Nein, Kleines. Wird sie nicht. Jetzt hör! Sofort auf! Es kaputt zu machen! Genau das habe ich vor. Hey! Was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Niki. Nein! Ich krieg das hin. Nichts kriegst du hin. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du ruinierst alles! Mom wird trotzdem kommen. Es ist nicht real, Niki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich! Du bist nicht mein Dad! Du bist nicht... Du bist nicht mein Dad! Ja, Leines! Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und, und, und... Alles, was ich will, ist... ...ist sie zu sehen. Was immer durch diese Tür kommt... ...ist nicht deine Mom. Das weißt du nicht. Ich weiß ne ganze Menge nicht. Wie man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt. Wie man nicht verhaftet wird. Wie man eine Zwölfjährige tröstet, deren vollberechtigte Trauer die Galaxie vernichten kann. Aber das... Das Versprechen, Niki. Einen Betrug kann ich meilenweit riechen. Hierbei geht's nicht um dich. Warum bist du überhaupt hier... Wie du? Ich weiß noch genau, wie ich... ...mich gefühlt habe. Mir ist egal, wie du dich gefühlt hast. Wow. Das war brutal ehrlich. Ich kenne dein Versprechen. Ich kenne Hunderttausende von Versprechen, aber keins davon hilft mir. Ich weiß. Ich weiß. Du sollst nur wissen, dass ich das Gleiche durchgemacht habe, was du gerade durchlebst. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob's nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Auch wenn ich dafür diesen dämlichen Kuchen bis ans Ende aller Tage backe. Schon zu hoffen, dass sie wiederkommt, ist besser, als sich damit abzufinden, dass sie's nicht tut. Und dass, dass alles meine Schuld ist, wird ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Du bist nicht der Grund dafür, dass sie nicht mehr da ist. So viel geht's nicht mehr so weit. Wieso nicht? Wenn es doch wahr ist, wenn ich nur... Es ist nicht wahr. Du hast das Ding weder gemacht... ...noch freigesetzt. Deine Mom war nicht deinetwegen da, wo sie war. So einige haben Mist gebaut, aber dich trifft nun wirklich keine Schuld. Naja. Das könnte sie sein. Ich höre gar nichts. Echt nicht? Was denn? Das Klopfen. Da ist ganz klar irgendjemand an der Tür. Oder irgendwas. Okay. Ich weiß, sie kann's nicht sein. Außer ich glaube daran, dass sie's ist. Also, solange ich fest daran glaube... Niki, nicht! Glaube mit mir. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, so... Doch, bist du... Oder sagen wir, du musst. Ich muss mal die richtigen Entscheidungen treffen in den kurzen Sekunden. Ich weiß... Ich weiß. Zerstöre die Lüge. Mom wird jetzt jeden Moment hier sein. Hey, was ist los mit dir? Im nächsten Versuch ich nicht schaffe, wo ich mir nicht komplett lose im Moment fasse. Okay, alles gut. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du holst mir alle! Sie muss kommen! Und da Vertrauen aufbauen. Es ist nicht real, Niki. Nichts hiervon ist real. Ich hör, du bist... Ja, Kleiner. Du hast es ver... Alles, was ich... Was immer durch die... Das weißt du nicht. Ich weiß eine ganze... Wie in Trauer die Galater... Das Versprechen. Hierbei geht's nicht um dich. Du hast recht. Ich weiß selbst nicht mal, was ich fühle. Es ist... Als ob ich mich... Gleichzeitig leer und schwer fühle. Ich sehe sie die ganze Zeit. Aber wenn ich mich konzentriere... Wird das dann jetzt immer so sein? Ich weiß nicht. Das ist bei jedem anders. Aber deine Mom... War einzigartig. Sie hat dich wirklich, wirklich geliebt. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Wenn ich dafür diesen dämlichen... Bis ans Ende... Schon zu hoffen, dass alles meine... Wird ich sie doch bloß nicht abgelenkt? Welch steller gewesen? Ich weiß, was du da machst. Ich... Ich hab's genauso gemacht. Ich hab mir immer wieder die Schuld für alles gegeben, was passiert ist, wenn... Das ist nicht dasselbe! Und selbst wenn es so wäre... Ich weiß, ich... Es tut weh, dich dasselbe durchmachen zu sehen. Es gibt so viel, was ich meinem damaligen Ich sagen würde, wenn ich könnte. Wird es auf dich hören? Nein. Wahrscheinlich nicht. Das könnte sie sein. Nur du kannst die Lüge zurückweisen, Micky. Nicht vertrauen. Ich glaube jedenfalls nicht. Dass sie es ist. Ich glaube etwas sehr Böses hat vor, die gesamte Galaxie zu fressen. Und deine Mahn ist... Trotz all ihrer Fehler... So gar nicht der Typ der Galaxien frisst. Aber was ich glaube ist egal, es ist nicht mein Versprechen. Ich kann es nicht für dich zerstören. Sagen wir einfach, das Gruselding an der Tür ist nicht meine Mom. Also ich krieg das hin. Ich weiß immer noch nicht wie... Wie kann jemand... Muss ich jetzt den ganzen Tag mit Kuchen werfen? Etwas kaputt zu machen kann befreiend sein. Aber... Es geht auch anders. Was machst du da? So ein Erdending... ... habe ich von meiner Mom. Du entzündest ein kleines Licht... ... zum Gedenken an jemanden. Um ihn zu ehren. Das ist jetzt... ... keine Magie oder sowas. Es bringt niemanden zurück, aber... Es ist... ... eine Geste. Eine kleine Geste angesichts etwas sehr Schlimmer. Manchmal haben wir nicht mehr. Ich muss immer an den Tag im Aufzug denken... ... als sie wütend auf mich war. Nicht so richtig wütend. Wohl eher... ... liebevoll besorgt. Hey. Was immer passiert... ... du bist nicht allein. Okay? Danke. Aber da ist etwas, das ich allein tun muss. Für uns allen. Oh, Mann. Nein, Kind! Ihr müsst zurück! Bleib weg von mir! Das ist so... ... das ist so... Das war so klar. Dass er sich jetzt, dass er jetzt so, von Anfang an klar ist, er hätte einen jetzt zum Namen. Oh je. Ähm, hier. Okay, er nicht. Wir müssen jetzt den kleinen ausschalten. Oh nö. Wie geht's? Sehr schön. Oh nö. Oh nö. Oh nö. das ist schon am sterben oder was wie geht mein bestes ja kommt Er hat uns alle benutzt. Hilfe! Hilfe! Anscheinend hat sogar Sie ihre Grenzen. Was zum Hänker. Hilfe. Du fährst hier. Na toll. Ich bin hier nicht durch. Ah, ich hab mich rausgeholt. Nimm ihn ins Visier. Ja komm. Wir brauchen mal eine Auffrischung. Also wir wollen noch was nehmen. Diese Typen sind zäh. Es ist fast unmöglich einen Schlag durch ihre Verteidigung zu bringen. Ich bin Ruf. Ihr Ruf als fähige Kläger eilt Ihnen voraus Peter Quill. Wir hinten rumlaufen mit nicht funktionieren. Okay, sie sind zäh, aber wir sind auch keine Nieten. Okay, diese Typen sind zäh. Und? Okay, sie haben den Ruf anderen den Kopf abzureißen. Und? Wir sind auch keine Nieten. Also los, kommt mit mir. Zieht eure Klingen und Bomben und Äste und dann zeigen wir ihnen wer zäh ist. Wer ist dabei? Ich bin dabei, Peter Quill. Du sagst. Na komm. Verderbt heißt. Verhindern. Na komm. Rausschalten. Unerwartend, dass Peter Quills Kinn sich verschreiht. Das lustige ist. Jetzt hat die Wand nicht so geklappt. Großer Einiger, bitte. Der Zauberer verstärkt die Macht. Das Messer ist besser. Mach dein Ding, Drax. Sind diese Priester die überhaupt am Leben? Ja, das Zauberer ist guter Mann. Ich glaube wirklich. Ja, das ist was. Ich darf mal abzulegen. Ich habe... Ich habe... Ich werde nicht zuerst warnen. Ich habe die Blut. Ich habe die Blut auf der Blut. Na komm. Wenn die Blut von meinem Unterkarten hinbekommen. Und sie stirbt, nicht mehr weinsch denken. Nein! Bleib sie zusammen, Groot! Leute! Lass sie weg! Was hat das? Bis zum ersten Mal geschafft. Komm weiter. Was bist du dran? Was ist das denn eigentlich? Was ist das denn eigentlich? Ist er den Film gebaut? Große einen, oder? Nein! Meine Erwärmung, da kann ich nicht mehr so hoch! Das ist euer Ende! Weg da! Schnitzel Sie! Irg, kein Geleg, doch, oder? Mach dein Dinger, Moras! Okay, okay. Wir versuchen uns nicht zu tun. Sie dürfen uns nicht zu tun. Okay, wir können mich zu tun mal wieder. Nein, das ist äußerst schlecht. Ich bin mit dem eigentlich überhaupt noch ein Charme. Gut, fesseln. Na, komm. Wir kommen. Ääh, hier ist Nudel geworden, hier. Wir sollen das gehen. Und ich bin tot. Okay, soviel dazu. Dass das für ein Strike klappt, hätte ich auch nicht gedacht. Nicht erwartet. Aber wir müssen irgendwie gucken bis dahin. Nein, tut er nicht. Wir müssen irgendwie erstmal gucken bis dahin. Erstmal ausweichen. Oh je. Wir kommen an den Rennbarrieren. Ah, okay. Das ist euer Ende. Wir müssen den Kurs mit mehr Kraft angreifen. So vielleicht. Zeig uns dein Schwert. Keiner wird's kommen sehen. Drach, erledige sie. Du kriegst das hin. Nein, dein Glaube darf nicht schwanken. Ich seh nix. Auf geht's. Ja klar, ich kann nix machen. Aber wie machen wir doch gleich. Die Verteidigung ist herausragend. Lösch sie aus, Rotte. Zeit für den Schwedder. Er hat uns alle benutzt. Na komm. Was geschieht hier? Da komm. Ich weiß, ich seh nix. Was soll denn das noch? Was soll denn hier? Es ist hoffnungslos und ich hier nix sehe. Spart eure Munition. Bereitet den Typen eine besondere Überraschung. Das Verdärmte ist zum Besinn gefahren. Du hast dich doch nicht wie so... Wie ein heißes Messer. Ich bin bereit zu zerstören. War sie fertig geworden. Ich habe ja schon eine zweite Phase... Kindfest, find. Your daddy was a man, a man people wanted dead. Now that storm's coming for you, a price hanging on your head. If bush comes to show, we'll bring hell down from above. Tonight we ride straight into the fire. Are you ready to go, go, go? We'll make our stand. Don't give a damn. Yeah, this is our time to go from zero to hero. A man on the run, he's a ghost, he is no one. The thunder when it comes, we'll bring with it many guns. Gypsy woman said, she said, boy, your time grows near. You can't run forever, gotta stand and face your fear. If bush comes to show, we'll bring hell down from above. This is our time to go from zero to hero. This is our time to go from zero to hero. Bis zum nächsten Mal.